Hallo bei Selbstorientiert! Machst du demnächst dein Abitur? Willst dich jetzt optimal auf dieses Abitur vorbereiten? Dann haben wir für dich die optimalen Lernhilfen für dein Abitur jetzt in der Videobeschreibung verlinkt von uns für euch. Das folgende Video ist für euch ein Zusammenschnitt aus dem Wichtigsten, was für euch relevant ist, nachdem ihr auf dieses Video geklickt habt. Dabei ist das gesamte Video jetzt in der Infokarte verlinkt und folgt auch nachdem ihr den Ausschnitt aus diesem Video gesehen habt. Viel Spaß beim Video! Gucken wir uns zunächst ihre Biografie bzw. die Einordnung von Hanna Höch an. Sie ist 1889 geboren, ist eine deutsche Künstlerin, die in Gotha geboren wurde und dann entsprechend 1978 in Berlin verstorben ist. Dabei war sie eine Künstlerin des Dadaismus, der ja eine sehr avantgardistische, künstlerische Richtung war. Falls ihr dazu noch mehr Informationen braucht, checkt gerne das Video aus, was wir rund um den Dadaismus gemacht haben. Interessant ist, dass sie relativ früh immatrikuliert wurde an der Kunstgewerbeschule in Berlin. Das heißt, das ermöglicht ihr natürlich das Wissen und die Emanzipation vom bürgerlichen Elternhaus. Das heißt, sie hat sich durchaus weiterentwickelt. Das natürlich auch für die Zeit nochmal besonders hervorzuheben. Insbesondere deswegen, weil sie in dieser Zeit als Künstlerin natürlich sehr schwierig war, sich entsprechend zu emanzipieren. Nicht nur, weil sie vom bürgerlichen Elternhaus natürlich gewisse Möglichkeiten noch nicht hatte, sondern auch, weil sie sich als Künstlerin in einer Welt behaupten musste, in der es vorwiegend nur Künstler gab und auch Künstler mehr anerkannt wurden. Und das tatsächlich eine weitere, besonders hervorhebenswerte Leistung, die Hannah Höch hier tatsächlich erbracht hat. Interessant ist dann, dass sie sich relativ früh in Berlin bereits einschreiben lässt und die Kunstgewerbeschule als ihre Möglichkeit sieht, sich dann künstlerisch weiterzubilden und dann anschließend auch entsprechend künstlerisch einzubringen. Also hier erlernt sie vieles, was sie dann später in ihrer Laufbahn noch verwenden wird. Das Engagement bei der Dada-Messe sowie der Novembergruppe ist sicherlich als eine der zentralen Möglichkeiten hervorzuheben, die sie hatte, um sich dann künstlerisch überhaupt zu etablieren, künstlerische Freunde kennenzulernen, verschiedene Künstler und Künstlerinnen kennenzulernen, die ihr dann im Laufe ihrer Karriere oder im Laufe ihrer Laufbahn dann natürlich noch sehr hilfreich beiseite gestanden haben. Das heißt, das Engagement hier ist natürlich dann auch eine Möglichkeit gewesen, für sie sich weiterzuentwickeln, verschiedene Verfahren zu entwickeln, die dann ihr auch tatsächlich ermöglicht haben, sich dann später einzuspringen. Die Novembergruppe orientiert sich ja an der Novemberrevolution um 1918. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass sie hier entsprechend diese revolutionären Ansätze verfolgt hat beziehungsweise diese avantgardistischen Ansätze und dadurch natürlich als typische Vertreterin des Dadaismus gewertet werden kann. Schon früh hat sie Einflüsse aus Frankreich oder den USA aufgenommen, auch das für ihre Zeit sehr besonders. Also wir sehen, Hanna Höch weicht sehr häufig von der Norm ab und hat sehr häufig die Möglichkeit gehabt, sich selbst weiterzubilden, selbst Eindrücke zu verschaffen, die für ihre Zeit vielleicht nicht ganz so typisch waren und dadurch natürlich auch schnell die Möglichkeit gehabt, sich selbst entsprechend einzubringen und auch eigenständig individuell zu denken und eigenständig und individuell ihre Kunst weiterzuentwickeln. Dabei ist es so, dass wir durch ihre verschiedenen Ehrungen der Stadt Berlin, aber auch viele andere Preise, Auszeichnungen und internationale Ausstellungen sehen können, welche Bedeutung sie tatsächlich nicht nur für die deutsche Kunst, sondern auch für die weltweite, europaweite Kunst hatte. Also hier einfach mal um die Bedeutung zu klären, wieso sie so relevant ist, um das Ganze ein bisschen einzuordnen. Verschiedene Ehrungen der Stadt Berlin weisen sicherlich darauf hin, wie relevant sie doch für die Kunst und für das künstlerische Schaffen rund um ihre Zeit war. Und damit ist jetzt das Video eigentlich vorbei. Wir haben für euch jetzt die wichtigsten Informationen rund um das Thema zusammengefasst, aber wir möchten euch nochmal ein wichtiges Video an dieses Video anhängen, damit ihr nochmal eine Gesamteinordnung in das Thema bekommt. Das heißt, für euch folgt jetzt nochmal ein inhaltlich relevantes Thema. Falls ihr daran auch interessiert seid, bleibt einfach dran und dann könnt ihr euch auch ein bisschen weiterbilden. Viel Spaß mit dem Video. Kommen wir dann zu dem kombinatorischen Verfahren, was Hannah Höch entwickelt hat, beziehungsweise was ihr möglich gemacht hat, sich überhaupt so einzubringen. Sie hat ja früh verschiedene Ideen von der Kunstgewerbeschule dann tatsächlich mitgenommen. Also aus ihrem Studium in Berlin hat sie dann sicherlich vieles mitgenommen. So unter anderem die Fotomontage. Denn die war bei Höch von großer Relevanz. Die Fotomontage ermöglichte es ihr letztendlich einen Ausdruck der Kritik an der Wirklichkeit des Alltags zu ermöglichen und so versuchte sie Hemmungen zwischen anderen Medien zu überwinden. Das heißt, sie hat da häufig ein Problem gesehen, dass es generell zwischen verschiedenen Medien und verschiedenen künstlerischen Möglichkeiten des Ausdrucks tatsächlich eine Hemmung gab, die Kritik auszubringen oder auch einfach Kritik am tatsächlichen Alltag zu üben. Und für sie war es tatsächlich so, dass die Fotomontage dann ein Ausdruck war, ihre Kritik an der Wirklichkeit empor zu bringen. Das heißt, dass sie den Alltag in einer ganz anderen Weise betrachten konnte, als ihr das vielleicht zuvor möglich war. Und diese Kritik an der Wirklichkeit des Alltags ermöglicht es ihr dann letztendlich auch die Hemmungen zu überwinden, die zwischen anderen Medien einfach bestanden hat. Und das ist eine zentrale Möglichkeit gewesen, ihre Kritik hervorzubringen und dadurch natürlich auch sich selbst weiterzuentwickeln, ihre individuellen Ansätze zu verfolgen, die sie entsprechend des Dadaismus entwickelt hatte. Die Waffen der Freiheit, wie sie das nannte, sind in diesem Fall die Schere und der Klebstoff. Dementsprechend, wir sehen schon, welche Weitläufigkeit diese Idee von ihr hat. Waffen der Freiheit, es ist sicherlich sehr tragisch gesprochen, aber trifft durchaus auf das zu, was Hannah Höch auch versucht hat auszudrücken. Sie hat versucht, ihre Kritik entsprechend an der Wirklichkeit des Alltags auszurichten und entsprechend dann auch die verschiedenen Möglichkeiten, die ihr gegeben werden, zum Beispiel Schere und Klebstoff, so zu nutzen, dass entsprechend die Waffen der Freiheit entsprechend eingesetzt werden können, um ihre eigenen Möglichkeiten auszureizen, beziehungsweise um auch die Freiheit weiterzuentwickeln. Das heißt, für Hannah Höch war es ganz wichtig, dass sie als Frau, als Künstlerin die Möglichkeiten nutzte, die ihr gegeben wurde und das entsprechend dann auch so darstellt. Bekannte Werke sind dabei beispielsweise Schnitt mit dem Küchenmesser, was bereits im Jahr 1919 mit verschiedenen Zeitungen und Magazinen geschaffen wurde. Also wir sehen, sie hat auch mit ganz verschiedenen Materialien gearbeitet und so dann diese Fotomontage geschaffen. Und dementsprechend sehen wir dieses kombinatorische Verfahren, was sich bei Hannah Höch auf Fotomontage im Wesentlichen basiert. Diese Möglichkeiten, verschiedene Materialien zu kombinieren, verschiedene Schere und Klebstoff einzubringen, verschiedene Dinge zusammenzuführen, die vielleicht im ersten Moment gar nicht zusammengehören. Das war für sie tatsächlich ihre Möglichkeit, sich auszudrücken und auch den Ausdruck ihrer Kritik an der Wirklichkeit dann zu üben. Das Gemälde Herbst im Berliner Volkspark Jungfernheinde, was 1936, also schon deutlich später entstanden ist, ist ebenfalls relevant, wird heutzutage auch entsprechend ausgestellt. und ist von großer Bedeutung für unter anderem natürlich Berlin. Und auch hier sehen wir wirklich wieder eine Möglichkeit, wie sie versucht hat, den Alltag darzustellen, den sie in Berlin unter anderem erlebt hat und so natürlich auch das Ganze von großer Relevanz ist. Und damit soll es das auch gewesen sein von diesem Video rund um Hannah Höch. Wir wollen euch das Ganze aber zuvor nochmal wichtig zusammenfassen. Also, sie ist geboren 1889 in Gotha, lebt dann bis 1978 in Berlin als Künstlerin des Dadaismus. Sie hat dabei sich in der Kunstgewerbeschule in Berlin immatrikuliert und dort ihr Wissen über die Kunst überhaupt erst entwickeln können, hat sich emanzipiert von ihrem bürgerlichen Elternhaus, entsprechend dann auch in der Dada-Messe oder auch der Novembergruppe engagiert und konnte so dann beispielsweise ihr Werk Schnitt mit dem Küchenmesser aus dem Jahr 1919 bekannt machen. Ihre Möglichkeiten waren dabei häufig auf die Waffen der Freiheit beschränkt. Das heißt, sie nutzte meistens Schere und Klebstoff, um ihr kombinatorisches Verfahren, also alles rund um die Fotomontage, darzustellen. Und das war tatsächlich eine Möglichkeit, die sie einfach nutzen wollte, um entsprechend den Ausdruck ihrer Kritik an der Wirklichkeit des Alltags hervorzubringen und die Hemmung zwischen anderen Medien zu überwinden und so dann langfristig die Einflüsse, die sie auch aus Frankreich oder den USA gesammelt hatte, einzubringen und entsprechend auch in Deutschland groß zu machen. Verschiedene Ehrungen der Stadt Berlin beweisen dabei, sie war eine der bekanntesten und wichtigsten Künstlerinnen und Künstler des Dadaismus und entsprechend auch ihrer Zeit. Und damit soll es es gewesen sein von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal kostenlos abonniert und wir würden uns auch riesig freuen, wenn ihr das Buch zu dem Thema jetzt in der Videobeschreibung auscheckt. Das heißt, alles, was ihr über Hannah Höch und viele weitere Künstler und Künstlerinnen wissen müsst, die ihr im Abitur haben werdet oder auch in eurer nächsten Kunstklausur, ist als Buch zu dem Thema jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt das gerne mal aus. Erster Link in der Videobeschreibung. Ein bisschen Werbung in eigener Sache und damit soll es es auch gewesen sein. Wir hoffen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.